Das ist auch nicht mega lang, dass das bis dahin, aber ich gehe mal davon aus, dass es zwei Stufen von dem Boss geben wird, mindestens, weil sonst wäre das viel zu einfach. So, würde ich sagen, Coil aufladen und Jet aufladen, obwohl da haben wir jetzt, aber wir haben sonst nichts anderes zum Aufladen. Oh Gott, ey. Diese Stelle hier, die ist die Hölle auf Erden, ganz ehrlich. So, jetzt tun wir schon direkt die Megabuster auswählen. Ich mag die Stelle echt nicht. Okay, und dann sind wir schon wieder hier oben. Ähm, man könnte ja auch mal aufladen, ne? Das benutze ich so überhaupt nicht. Leider. So, wir verpissen uns ins Eckchen. Okay, der wird jetzt direkt schießen, wenn er, glaube ich, los. Scheiße. Scheiße. Aha. Ich muss mehr aufpassen. Können wir sehen, wie super toll ich synchronisiert habe. Nimm deine scheiß Knochen da weg. Ich wollte gerade auf Start drücken, aber das lasse ich mal lieber, weil sonst fallen wir wahrscheinlich in unseren Ton. Ja, ist okay. Ist okay. Ja, ja. Ach, Mann. Das finde ich echt unfair, dass man da oben nicht in dem komischen Kabuff da gerespawn wird. Wie auch bei den allen anderen Bossen. Aber wir wären ja nicht bei Mega-Man, wenn's, äh, nicht so unfair wäre, ne? So, auf jeden Fall wieder zum Mega-Buster wechseln hier. Aber das hier haben wir jetzt endlich mal verstanden hier wenigstens, wie das funktioniert. Ich hab das irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen, dass die auf und zu gehen. Für mich war das einfach nur da und irgendwie kommen da nicht dran vorbei. Der lässt auch nix liegen, ne? Nicht mal ein Leben oder sowas. Arschloch. Machen wir mal einen auf Aufladungs. Machen wir genauso wie eben gerade, nur besser. Scheiße, da hätte ich gar nicht springen dürfen. Oh, falsche Richtung, Mega-Man! Okay. Der Timing, ne? Okay. What now? Das war's? Wie das war's? Das kann's doch nicht gewesen sein! Oh Mann! Was mich ein bisschen wundert, wir haben kein... Kein... ...äh, Dingsbums bekommen. Kein Passwort. Okay, das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich glaub, in Mega-Man 1 gab's was. Das sah so ähnlich aus. Oh nein, kommt hier der Sandmann wieder? Ich hab jetzt nicht gesehen, welche Seite es schwieriger war. Boah, komm ey. Den zweiten Screen, da riecht's schon so auf die... ...auf den Arsch, wie auch immer kriegen. Hm. Wie kann man denn da ausweichen? Boah, das war aber knapp. Da seh ich schon Spikes. Wunderschön. Oh, die sind ja süß. Komm hier, mach mal... Geh mal ein bisschen. Ich lass aber auch nichts mehr liegen, ne? Pisser. Okay, das sieht mir sehr nach... ...dass die das nicht aufladen, ne? Oh, ich hasse Arsch, dass der nur in die eine Richtung fliegen kann, der Pisser. Genau. Ah. Ich weiß gar nicht, können wir hier überhaupt lang? Ja. Es ist beides scheiße. Ach, komm. Megaman. Was ist da los? Bin ich ausgeschlafen oder wat? Okay. Da hab ich mir was liegen lassen. Piep. Ach so, das ist ja jetzt weg. Ach, scheiße. Okay. Ach komm, ey. Das ist doch abgefuckte Scheiße. Das ist doch total dumm. Das ist der gleiche Code, ey. Ich krieg's kotzen. Muss ich das jetzt durchspielen? Am Stück? Finde ich nicht sehr nett. Hahaha. Arschloch. Ne, wir haben ja jetzt neu angefangen, ne? Gut, da weiß ich schon mal, wie ich da keinen Schaden nehme. Das ist schön. Das war schön. Jetzt den Jet. So. Okay. 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 Wie ich das auch immer geschafft habe. Ich weiß. Jetzt nicht. Was ist das? Ah, okay. Die wechseln ihre... ...hier Spikes. Und die Frage, ist man damit instant tot? Ach, komm, ey. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass ich da noch getroffen werde. Oh, nö. Ja, da hab ich nicht drauf geachtet. Ich muss mir das unbedingt vorher angucken. Oh, Mann. Dumm. Dumm! Okay. 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 Ich muss mir das unbedingt vorher richtig angucken, bevor ich da anfange, anfange zu hüpfen, ne? Das ist richtig abfuck. So. Wie funktioniert das? Äh, genauso wie unten. Mann. Okay. Okay. Das ist eine Fledermaus. No! Jetzt... Okay, das runterdrücken hat so gar nichts gebracht. Ach, Mann. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ich werde heute auf jeden Fall nicht weitermachen. Äh... Ich weiß doch nicht, wann ich hier weitermachen werde. Ich werde morgen... Ne, ich denke eher am Montag werde ich mir mal, ähm... Ich weiß nicht mehr, wie... Diesen 99%igen Alkohol werde ich mir mal holen. Nicht zum Trinken. Auch wenn man da jetzt vielleicht denken könnte. Aber, ne, zum Reinigen der Cartridge. Ähm... Ja. Genießt noch diesen wunderschönen Ton, der sich fast ein bisschen anhört wie eine Orgel. Ähm... Ja. Ich hoffe, die heutige Aufnahme... Wir haben wenigstens ein bisschen was geschafft. Trotzdem müssen wir das nächste Mal die erste Stage wieder machen. Vielleicht schneide ich euch auch einfach ran. Mal gucken. Ähm... Ja. Hoffentlich hat euch die heutige Aufnahme gefallen. Und, äh... Ja. Hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!